Ne doch, jetzt läuft's. Hello. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Techintatsplay. Tech Town. Mit dem Fips. Hallöchen. Was ist da los? Was ist da los? Eskalation. Was willst du eigentlich, Alter? Auf die Fresse oder was? Eskalation. Hinter Geld. Haben wir keine Wolle. 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 Nein, haben wir nicht. Ich request grad mal das Yu Yu Meta. Meta. Und guck mal. Was wir uns da draußen schickes bauen können. Also, mir kannst du ein bisschen drin lassen, bitteschön. Ne, jetzt ist es zu spät, Mann. Jetzt hab ich's schon rausgefunden. Alter, du hast doch nicht tausend. Ich muss erstmal gucken, wie viel das im Endeffekt überhaupt ist. So speziell, weißt du. Ich brauch vielleicht auch ein bisschen, also. Ja, ja, ja. Ne. Alter, wir haben tausend, das läuft locker. Ich weiß. Ich bin mir noch nie sicher, was wir draus machen. Ich würd ja mal sagen... Also, ich brauch mir gleich was schönes draus. Ich will so ein bisschen... Ich brauch jetzt meinen Induction Smelter. So wie ich das grad hier sehe. Pulverized. Obstian. Ich guck mal. Und... Und eine Hagen, Glas und Lead Ingrid. Nochmal nicht? Kann man das einfach jetzt? Crystallized Elite Ach das macht man DAT MACHT MAN SO Ach so macht man das Verstehst du? Nö eigentlich nicht Neee Du bist ja ein Noob So YuYuMatter ist angekommen Das ist doch mal eine angenehme Menge Ich wollte ja nicht nur kurz gucken wieviel das im Endeffekt ist Du darfst dir soviel requesten wie du willst Ich nehme gleich alles So wie du Genau Oh ich brauche trink mal was richtiges zu essen man Diese scheiß Karotten die gehen mir so auf den Piss man Ohne scheiß Wir haben doch Hühnchen Aber die schlachtest du noch nicht Ich schlacht da alles Nein Ich pimp jetzt erstmal meine Was machst du bei mir? Ich pimp jetzt erstmal meine Power Armor Und baue mir Ähm Vorher aber auch noch was anderes Eine, 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 eine HV Charging Bench Was braucht man dafür? Scheiß in der MFSU Aber das ist ja kein Problem Okay weil wir haben ja genug Diamanten Dafür brauche ich jetzt auch noch einen Wart Du brauchst auch noch einen MFSU Nein Ich hab noch einen der reicht mir locker Äh Diamanten Mal locker durch die Hose atmen Ich hab mir grad 100 Diamanten herholt Ich hab mir grad 100 Diamanten herholt Sofern wir dann nicht Da brauche ich nur einen Ja genau deswegen ja Die zwei brauchen wir ja Ich bin ja eine, eine, eine Ich hab mir mal zwei Ah, I understand what you did there Was? 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 Fick sie Sehr geil Äh 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 Nie Äh Was brauchen wir denn da alles? Äh, warte mal. Alter, du fängst schon langsam damit an, ne? Ich fäng gleich weg. 6 mal. 6 mal 2 sind 12. Ah. Requested 12 electronic circuits. Du hast gesagt, electronic circuit kann der Dings craften, ne? Ja, ich crafte mir grad welche und das ist richtig geil. Fällt mir grad so ein. Auf, ein. Boah, jetzt kommen die hier an, Junge. 2 stickt euch. Jetzt geht's jetzt. Escalateds. 2 electronic circuit hier, komm an. Äh, hallo? Ja, es dauert ein bisschen. Das soll... ...flat die Karotte hier gehen? Ja, aber mir dauert das grad auch, weil er ja erstmal den... Ach, da kommen sie. Der muss erstmal den Robber schmelzen. Ja, da kam einer. Reichte, da muss der erstmal hier, du... Der muss erstmal den Robber schmelzen, ja. Erstmal ne kalte Milch. Milch? Boah, ich hätt jetzt nichts gegen ne Milch einzulenken. Was meinst du, was ich hab? Milch? Nein, ich brauch hier noch mehr. Milch? Was? Äh. So, das kann ich mal insgesamt vier Diamanten. So, das kann ich mal den ganzen Crab hier einfach mal wegschicken. Noch mal zwei. Oh, das sind zehn. Äh. Braucht nur zwei. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, ich brauche noch Diamanten. Äh, zehn Stück. Jo, übertreib doch nicht. Wie war das jetzt? Vier, fünf. Ja, übertreib doch nicht. Nene, nene. Übertreib doch nicht. Gerne, Mann. Alter, übertreib doch nicht, Mann. Übertreib doch nicht immer gleich. Wow. Set eskalated quickly. Was geht denn da draußen? Hey, mein Vater kommt gerade. Wir müssen nur... Wir dürfen jetzt noch die eine Folge machen. Doch nicht. Nur so. Naja. Hat ja gefailt. Hat ja ordentlich gefailt. Ach, jetzt habe ich einen Redstone requested, ihr Idiot. Ich brauche zwei Glowstone. Ich brauche zwei Glowstone. Was, dann habe ich im System. Ich habe auch noch 64. Da machst du Sachen. Ich werde bekloppt, Mann. So, warte. Äh, hier. Ich brauche zehn von diesen Scheißdingern. Äh. Roll. Hoffel. XD. Wie viele Minuten haben wir denn? Wir haben jetzt fünf Minuten. Also da, da ist easy, du. Da sage ich dem jetzt, wenn er reinkommt, verpiss dich. Und sich voll so ausrüsten. Ach ja. Ich bin schon ein netter Mensch. Natürlich. Natürlich. Wer sagt denn das Gegenteil? Äh, ja. Ja, 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 ja. Ich bin schon so ein Typ, ey. So richtig erschlingelt. Ne MFE, da brauchen wir da-da-da-da. Mann, jetzt leckt doch nicht Minecraft. Das leckt doch nicht. Was ist da los? Mein Minecraft. Haha. Kommt doch Redstone, Redstone. Alter, ich habe einen ganz guten PC. Ist klar. Ist klar. Einen ganz guten, habe ich gesagt. Einen ganz guten. Ja, ganz gut ist... Hätte ich gesagt der beste. Ich brauche noch ein bisschen Lapis. Du hast ja gesagt, du hast Lapis in die Kiste getan. Ja, das Lapis. Ja. Da sollte eigentlich richtig viel drin sein. Lapisch, Schuli. Nehmen wir gleich mal zwei Stacks. Wir wollen ja mal betreiben, ne? Ich muss zwar noch die höhere Provider-Pipe anschließen, damit das System noch ein bisschen schneller wird. Das ist mir momentan noch ein bisschen langsam. Zwei Electron-Execute und sechs Lapis. So, das waren jetzt... Wie viel? Äh, sechs Stück? Ja, wir haben doch tausend. Ehe, ich habe mal schon zwei Stacks geholt. Also, das passt schon. Äh, so. Die MFSU und dann noch so ein Ding. Ach, das wollte ich ja auch noch ein System mit reinmachen. Eine MFE hierhin. Ja, und das müssen wir natürlich nur einzeln machen jetzt. Das ist scheiße. Aber egal. Hä? Ach so. So, 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 so. Das sind wir doch geübt. Das kann wieder weg. Äh, wollen wir denn hier close down, close down. Und einen normalen Circuit. Kriege ich eigentlich bald wieder Strom von dir? Ich könnte dich direkt wieder anschließen, ja. Wenn ich wollte. Okay. Ja, danke schön. Bitteschön. Auch wieder gern. Ich muss nur gerade erst mal meine HV Charging Bench fertig bauen. Musst du verstehen. Ja, ja, lass dir Zeit. H-Gl-H- HV Charging Bench. Wird waren das da oben viermal? Okay. Also eine MFSU. Dann ein bisschen Holz, was wir hier jetzt nicht haben. Warum haben wir das hier nicht? Naja, ist egal. Äh, noch eine... Noch ein Electronic Circuit. Ich liebe dieses Requesten von dem Electronic Circuit zum Beispiel schon, ne? Können wir auch Advanced? Ja, den will ich gleich auch noch mit rein bauen. Hast du noch zwei übrig? Was? Advanced Electronic Circuit. Ich bin mit dir jetzt zu crushen, Alter. Ich muss so. Musst du leider tun. Da habe ich keine Zeit für. So, äh, ja, oben vier... Wir haben missing one refined iron. Alter, will der mich jetzt verarschen? Äh, ich tue gleich... Warte, ich tue noch was rein. Ja, ich habe auch noch welches oben, aber... Jetzt muss ich wieder hochladen. Ich tue welches rein. Okay, 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 okay. So, darfst du gleich gehen. Okay. So, was können wir denn? Ich wollte die, ähm, Kabel. Haben wir denn davon noch welche? Ja. So, und dann habe ich eine H4 Charger, Mensch, die musst du dir da mal reinziehen, die ist richtig geil. Also, willst du was versuchen? Ich bastel mir gerade was Schnieköss, eher gesagt. Wir haben keine Glasfaserkabel mehr. Haben wir gerade so... Ja, das kann gut sein. Wie macht man denn nochmal? Silver. Silver aus Silver. Bedrohans, Glowstone, Redstone und Lapis. Wir haben auch kein Glas an sich mehr, ne? Aber wir haben 9k Sand, das ist ja super. Lapis. Wo kommen die denn nur her? 20. So. Ähm. Was brauche ich noch? Ich habe dir schon mal erzählt, dass ich dieses System geil finde. Redstone, ja, ist ganz geil. So. Kaum GP, die kann ich genug davon kriegen. Ich kann dir das dann auch mal alles erklären, damit du mal hier selbstständig dran arbeiten kannst demnächst. Was willst du mir erklären? Das System. Was für ein System? Das System. Das System. Das System. Das System. Was wir hier... Das Item. Transportsystem. Das brauchst du mir doch nicht erklären. Das reicht mir, wenn ich das benutzen kann. Und dann ist gut. Du musst da dran auch irgendwann mal arbeiten. Ich bin ja hier nicht dein Bar wo. Oh. Oh. Wie reicht. Nein. Nimm mich nicht. Ich pack dir auch nicht jeden Tag Kuchen, Mann. Ah. Ah, okay. Nicht jeden Tag. Einmal pro Monat reicht. Bitch. Äh. Äh. Jetzt muss ich hier mal gucken, damit ich die Moratro anströmen einschließe. Oh Gott. War ja schlecht. Äh. Da oben hab ich noch nicht. Ne. So. Ihr seid wieder angeschlossen. Dankeschön. Aber Anton jetzt auch. Da kriegt Anton auch wieder Strom. Wer ist Anton? Das Rind. Oh. Verzeihung. Dammit. Ja. Aber der Name ist mir geläufiger als Rind irgendwie. Eigentlich schon, ne? Ich weiß nicht. Ich hab mich auch damals schon mal versprochen gehabt. Wer ist da? Egal. Ähm. Was wollte ich denn grad machen? Gib mir mal. Gib mir mal nen Hint. Ich weiß grad selber nicht. Ich brauch mir grad selber mein eigenes. Dein eigenes? Purze Primmel. Loll. Loll. Hier macht man Iridium Platten. Platten? Ja, stimmt. Ja, ja, ich hab schon, ich hab schon. Hast du schon, hast du schon. Mit zwei Diamanten brauch ich dann. Oh man. Diamanten. Ich glaub wir haben gleich, wir haben nur noch 31 Diamanten. Jetzt nur noch 29. Ist ja auch, ist okay. Da hast du eigentlich mal nach der Dingens geguckt. Die können wir ja auch noch neu herstellen mit Gold und so. Ach ne, wir brauchen ja gar nicht danach gucken. Läuft ja sowieso alles dann ins System für Imran an. Richtig. So, die HV Charging Band wird jetzt aufgeladen. Das brauch ich dafür und das. Ist richtig geil. So viel davon. Wie kann ich denn hier am Tinker Tail? Wo ist der Kopf hin? Okay. So. Äh. Ich mach. Der Helm. Da hab ich doch überall so ne Batterie drin. Äh. Ist die jetzt verloren gegangen? Oh ja, die ist verloren gegangen. Demd. Ja. Nun gut. Da muss man ein bisschen aufpassen. So. 100 Kilo Joule. Dann müssen wir. Gehen wir einfach hier überall runter. Kannst du mir. Äh. Ja. Ach warte mal kurz. Geht das auch einfach so. Okay. Ich brauch dringend ein Jet. Ne, ich hab schon. Iron Thruster. Iron. Thruster. Force Field Emitter. Ja ist ja überhaupt nicht schwierig man. Und davon brauch ich zwei. Klingt doch ziemlich geil. Ja. Wir fangen einfach mal an. Das passt schon. Das passt schon. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Advanced Machine Block. Damit gehts erstmal gut los hier. Da brauchen wir Refined Iron Fuel. Wollen wir denn unser Refined Iron? Ja. Hier haben wir. Einfach mal 64 raus holen. Passt schon. Passt schon. Ich sollte mal vielleicht. Ein bisschen was. Hab ich hier oben noch Redstone. Nein. Ne. Nein. Hast du nicht. 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 Hast du nicht gesehen. So wo ist denn die Scheiße hier. 14. Ach dann brauche ich jetzt auch viel Electronic Circuit. Kann ich schon mal requesten. Habe ich gerade 14 gesagt. Ja. Ich brauch vier meinte ich. Ich wollte schon sagen. Aber ich weiß nicht ob das jetzt. Ob das ISM System noch reicht. Ja reicht noch gerade so glaube ich. Ich kann ja auch nochmal. Habe ich hier oben noch was. Ja. Kann ich ja noch rein. Klatschen. Wir klicken jetzt schon wieder mein Jetpack man. Mein Jetpack ist weg. Ich hab keins in den Inventor. Nö. Ja ich pack mal noch ein kleines bisschen Tin Refried Iron und Kupfer rein ne. Für dich. Bin ich jetzt blind oder ist mein Jetpack gerade weg irgendwie. Egal. Baue ich mir erstmal hier eins ein. Oder baue ich mir keins ein. Ich bin mir nicht sicher. Jetpack. 1 Raster. Ich muss mal. Ich stehe ja ein bisschen ne. Na ja gut. Äh. Ich will ja meine Rüstung abpumpen. Ich hab ja jetzt gesagt ich will was machen. Dann machen wir das auch. Ich brauch Ender. Ender Dingens. Enderman. 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 Man. 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 Alter. Alter, total ausrasten hier. Was ist da los? Ja, Pips. Eskalation. Hinter die Welt. Komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Geht doch, danke. Es geht hier um Leben und Pips. Eskalation. Hinter die Welt. Okay, äh. Stimmt, bist du so ein Tokio-Hotel-Fan. Ich bin Eskalations-Fan, man. Verhaart. Wieso muss denn das so fucking teuer sein, Junge? Was ist da los? Okay, pass mal auf, ja, pass mal auf, ja, pass mal auf. Äh. Äh. Haben wir noch Gold? Geil. Ein Advan... Geil. Ein Advan... Man, lass mich doch runter. Mann, Mann, Mann. Äh, die Spinne verhaftet. Welche Spinne? Hier oben ist doch ne Spinne irgendwo. Äh, hast du noch ein Advanced Alloy für mich? Eventuell. Komm mal vorbei. Was ist Advanced Alloy? Oh, lololoy. Jein. Also... Ein. Ja, ich bin grad so ein bisschen am Craften, immer schon. Dies, das. Ein. Ich bin grad ein bisschen am Craften, dies, das, ja. Ich brauche noch zwei Stück jetzt da. Wie viel Refund Iron Man braucht? Ein. Ein. Bitte schon. Dankeschön. Dankeschön, du rettest mir den Ar. Ja, und der eine fehlt mir jetzt, ja. Der eine fehlt mir jetzt. Nein. Nein. Als ob. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ja, siehst. Aber vielleicht später. Ich bin nicht auf dem Weg. So, 512 Iron, das erst mal requesten. Da können wir erst mal ein bisschen arbeiten. Äh, so. Und das muss so. Und dann haben wir hier unseres... Du hast mir grad... Du hast... Was denn? Was denn? Nee, nein. Sprich dich doch einfach mal aus. Es ist doch alles okay. Aha. Ist alles gut, ja? Alles gut? Ist alles gut? Ja, natürlich, natürlich. Und bei dir? Hi. Was ist da los? 18 Minuten, Fips. What the fuck, man? Oh nein. Wir müssen die Folge beenden, Junge. Was ist da los? Eskalation. Wir müssen nicht. Wir müssen nicht. Ja doch, wir müssen. Ich muss dann auch gleich los. Gut, ich warte jetzt hier noch auf das Iron. Und dann packe ich das noch in den Messerator. Und dann... Und dann habe ich noch eine Bombe, die einschlagen wird. Und dann habe ich noch eine Bombe, die einschlagen wird. Alles klar. Was? Ich habe nämlich gerade mit etwas... Du bist A? Nein. Was wäre eine Bombe? Ich habe etwas Iridium verschwendet. Und dreimal das du raten wofür. Du, du bist einfach ein Sünder. Sünder. Ja. Du kommst in die Hölle. Dann komme ich nicht. Ich würde das jetzt doch fertig bauen, Mann. Ist das jetzt ohne Scheiß, Mann? Ich würde... Was ist da los? Eskalation. Na gut, wir machen das in der nächsten Folge. Dann seht ihr mich jetzt schnell laufen. Und so weiter und so fort. Mit meiner Power Armor. Oh yeah, man. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.